Hey Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video von mir. Ich habe dieses Video gemacht, um mal zu sehen, wie sich meine Stimme über die Jahre verändert hat. Leider habe ich meine allerersten Videos von 2012 gelöscht, aber zum Glück gibt es ja noch die von 2014. Ich werde alle Videos, die hier vorkommen, in der Beschreibung verlinken. Viel Spaß! Hi Leute und herzlich willkommen zu Let's Test The Powder Toy. Ich muss mich eben kurz hier einloggen. Ja. Hi Leute und herzlich willkommen zu Let's Review Sender Mancheidow. Heute mit dem AC. Hallo! Und wie man sieht, gibt es hier mehrere Maps. Hey Leute und herzlich willkommen zu The Sandbox. Ich bin der Scoper und heute spiele ich halt The Sandbox, wie ich gerade schon gesagt habe. Und The Sandbox ist ein Sandbox-Spiel. Wer hätte es gedacht? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich Lex-Fail. The Impostable Game, ja. Tabs Kale gekauft und dann aus Bad runtergeladen. Und weil das jetzt mal aufhängt. Und sorry, dass es so lange keine Videos geht. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Cam-Gameplay auf Strike Zone im Spielmodus Team Deathmatch. Und der... Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Brainbow auf Timolia.de. Und mit dabei ist auch der AskGameHT. Hallo! Ja, wie schon gesagt, wir spielen in der Runde Brainbow. Äh, ich bin nicht gerade der... Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Map-Vorstellung. Ja, das ist eigentlich etwas, was ich noch nie davor gemacht habe. Und ja, man sieht, ich habe Shader drin. Und es läuft... Wie schon gesagt, wir Priest, sprich... Vielen Dank.